Warnung! Feindkräfte nähern sich! Irgendwas stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen aus. Genau wie die Bürolichter. Und auch die Heizung wird schwächer. Ich glaube, wir haben den Strom lahmgelegt. Ah, wenig Sachen. Glauben Sie, was soll das? Ich will dich bluten sehen! Für mich! Das ist topper! Lass sie nicht abhauen! 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 Lass sie nur lassen! Lass sie nicht abhauen! Alarm, Kontaminations-Scan eingeleitet. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Alarm, Kontaminations-Scan eingeleitet. Alarm, Kontaminations-Scan eingeleitet. Stop! Check me! Ja, pränkst! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Lass mich durch! Das tut nur kurz, Zwei! Lass mich durch! Danke, dass Sie da rein sind. Unseren Patrouillen fehlt einfach die Ausrüstung. Toll! Das stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen aus. Genau wie die Bürolichter. Und auch die Heizung wird schwächer. Ich glaube, wir haben den Stromlamm gelegt. Ja, stimmt. Aber ist doch scheißegal, ja? Agent, wir haben ein ernstes Problem mit dem Stromnetz am Times Square. Rhodes wird Ihnen die Details erklären. Er ist Ihr Kontakt für diesen Auftrag. Danke. Also folgendes. Der Abspann-Trafo steht kurz vor dem Abnippeln. Dadurch kommt es zu Spannungsabfällen. Normalerweise kein großes Ding, aber normal ist schon lange her. Wenn das noch eine Weile so weitergeht, kommt es zu einer Kette von Ausfällen auf der Insel. Und das wäre nicht gut. Was ist das? Verliert keine Zeit! Wir haben leichtes Spiel! Wir entkommen uns nicht! Sie haben Alex! Wir müssen weitersuchen! Wir müssen weitersuchen! Oh Gott, oh Gott! Oh ja, das sind gute Sachen. Schätze, hier war schon wer. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Wie geht's denn? Ja, das war schon. Ja, das war schon. Hey, guy. Das war schon. Ja, das war schon. Oberste Priorität ist, den Trafo am Times Square zu reparieren, bevor der Strom im ganzen Bezirk ausfällt. Aber ich kann sie durch die Reparatur führen. Glaube ich. Hoffe ich. Gott. Eins nach dem anderen. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv, aber Sie müssen mir vertrauen. Nicht nachvollziehen! Ich gehe jetzt dran! Ich komme hier nicht mal ins Schwimmen! Das klingt locker! Der Glück ist weg! Er ist tot! Schaff das nicht so lange! Und der Kopf! Er schafft euch, Respekt! Er braucht keine Erlaubnis zu töten! Achten, schütte dich! Wir machen das! Du schaffst das nicht mehr lange! Mach weiter Druck! Mach keinen Fehler! Wir töten dich! Ich bin raus! Deckt mich! Wir haben ihn getroffen! Du kannst nicht mehr! Wir sind nicht mehr! Nur den Schalter umlegen, das reicht völlig. Gut, der Strom ist weg. Jetzt können Sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Überspundes Buller. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnungen der U-Bahn-Kameras. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden wir sich nicht entgehen lassen. Weitere Feinde entdeckt. Kein Fehler. Warnung! Weitere Feinde entdeckt! Warnung! Zeigt mir das jetzt drauf ab! Ein oder zwei kopierend! Die Schleske ophelthand auf! Heuer ist gut! Was ist das? Dafür musst du sein! Jetzt sind wir beirrlich! Ich zieh da aus! Ich zieh da aus! Ich sehe mir das Material über diese Agenten an. Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen. Ist sie auch bestimmt fertig mit Ihnen? Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Wir brauchen einen funktionierenden Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen. Warengate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn Sie endlich Zeit hätten. Ich hatte Lebensjahr. Vorsichtig, das folgende Gebiet wird nicht von Autoskasten überwarten. Das ist ein Gegner für mich. Jetzt Papier schon. Geil! Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Touristen. Eben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Was steht da? Was steht locker? Was steht da? Was steht da? Was steht da? Dünner! Die Wachstattung! Ab sieh! Aufpassen Sie! Würfe Sie! Würfe Sie! Würfe Sie, Dünner! Abtreib Sie! Würfe Sie, Dünner! Erst hoch! Dünner! Dünner! Glaublich! Die Wachstattung! Dünner! Die Wachstattung! Mobilteleiser! Dünner! Was ist das hier? Ist immer die Leute mir! Lass die Halt! Lass die Halt! Lass die Halt! Sie können nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid. Die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung! Feinde entdeckt! Weitere 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 Feinde entdeackten! Weitere Feinde entdeckt! Wie folgt我們? Weitere Feinde! Weitere Feinde! 瑞殿! Weitere Feinde entdeckt! Weitere Feinde! Weitere Feinde entdeckt! Wir haben ihn getroffen! Wett geht los! Steift sie raus! Sie werden jetzt nicht weit! Warnung! Weitere Fände entdeckt! Du bist nicht mal weg! Ich komme hier nicht mal entfitten! Zeug sie da raus! Ich habe jetzt auch die Leigh-Ade! Geht es auch die Leigh-Ade! Ich habe jetzt die Leigh-Ade! Ich habe nicht geheim, der Leigh-Ade! Ich habe jetzt die Leigh-Ade... Das war's für heute. Wir sind wieder im Geschäft. Das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen. Naja, zumindest die, die nicht kaputt geschossen wurden. Sieht wieder wie der Times Square aus. Es gibt eine Menge Leute, denen das etwas bedeutet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020